Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag, der 16.08.2019 um 6.09 Uhr. Ein neuer Tag beginnt und das Wochenende auch bald in 9 Stunden werde ich mich auf den Weg nach Hause machen. Und in weiteren Stunden nach dem Schlafen werde ich nach Rügen fahren. Ich bin Samstag zu Sonntag auf Rügen von Mittag bis Mittag gefühlt. Also etwas um die 24 Stunden, glaube ich, sogar ein bisschen weniger. Ich fahre am Samstag mit dem ICE hin und am Sonntag mit dem ICE zurück, dank Ostsee-Ticket für 49 Euro. Wenn ich überlege, dass ich vor drei Wochen mit dem Flixbus für 40 Euro gefahren bin, wird das für die 10 Euro mehr, die man da jetzt zahlt, deutlich entspannter und bequemer. Als damals im Bus. Ich erinnere mich noch an die Quatsch-Type neben mir. Ja, es ist wie gesagt wieder Freitag. Ich freue mich aufs Wochenende. Heute nach der Arbeit werde ich weiter Fallout suchten. Ich habe ja gestern schon ein bisschen gesuchtet, dreieinhalb Stunden oder so. Habe ich einen neuen Charakter angefangen, einen weiteren Fallout 76 Charakter, der Kevin heißt. Und der so voll der Brügelknabe werden soll oder voll der Schläger. Also nur auf Nahkampf getrimmt. Ich habe zwar hier und da gestern mal eine Pistole benutzt, aber von den Perk-Karten her gehe ich halt komplett auf Nahkampf. Ja, fünf Level haben wir gestern gemacht. Wir haben auch ein bisschen was von der Hauptstory miterlebt. Und ich muss sagen, auch wenn sich das natürlich jetzt wiederholt, es ist ja schon eine Weile her, aber ich kriege jetzt so viel mehr mit, als zu dem Zeitpunkt, wo wir als Gruppe gespielt haben. Weil durch das Miteinander reden natürlich einiges von den Audio-Logs, weil es etwas verloren gegangen ist. Und das hole ich jetzt sozusagen so ein bisschen auf. Mal gucken, wie lange ich dem Strang der Hauptquest überhaupt folge. Um schnell zu leveln, soll man eigentlich gar nicht die Hauptquest machen, sondern Workshops übernehmen und an Events teilnehmen, weil das am meisten XP bringt. Und das werde ich auch versuchen. Ich habe gestern zwei, drei Quests gemacht und durch die bin ich, glaube ich, allein schon zwei Level gestiegen. Und am Anfang geht es ja, glaube ich, auch deutlich schneller als dann später. Und dann habe ich noch einen netten, hochleveligen Spieler gefunden, der mir richtig viel Zeug übergeholfen hat. Ein bisschen Schrott, ein bisschen viel Aid, also Hilfesachen, vom Purified Water, also gereinigten Wasser, bis hin zu 80 Stimpacks oder so. Und ich denke, wow, vielen lieben Dank dafür. Und jetzt habe ich alles erstmal an meinen Stash gestopft. Der war gestern komischerweise auf 150 von 0 oder so. Es muss ein Anzeigefehler sein. Weil 800 ist ja dann irgendwann das Ende der Fahnenstange. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich mich heute dann einlogge, ob das immer noch genau dieselbe Anzeige hat oder ob das sich mittlerweile korrigiert hat. Ja, ansonsten habe ich gestern noch zwei Folgen, und zwar die zwei letzten Folgen von The Boys geschaut. Diese Amazon-Serie, Amazon-Original-Serie zu Superhelden. Hier und da eine gewisse Parodie auf existierende Superhelden aus Marvel. DC auch. Ich glaube, ja, DC, genau, Aquaman. Ja, und es ist eine gute Serie. Ziemlich brutal, ziemlich fies. Das Ende ist ein bisschen, also von der ersten Staffel ist ein bisschen, hm, mal gucken. Aber ist klar, sie brauchen ja die Charaktere für die zweite Staffel. Die wird auf jeden Fall kommen. Da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher. Und ich empfehle euch, diese Serie anzuschauen. Ich sage euch aber gleich, es ist, wie gesagt, nicht unbedingt so, wie soll ich sagen, gute Superhelden-Serie. Also, ich will nicht zu sehr spoilern, aber es ist eine sehr menschliche Superhelden-Serie, sagen wir es mal so, glaube ich, kann man so bezeichnen. Ja, vielen lieben Dank an Jermaine, der mich immer wieder damit gedrängt hat, das doch mal zu schauen. Ich habe es jetzt gemacht, hat etwas über eine Woche gedauert, weil ich immer nur eine Folge gucken konnte oder maximal zwei, acht Stück sind es insgesamt. Jede Folge geht eine Stunde, also nicht die 45 Minuten, die man vielleicht aus anderen Serien kennt, sondern wirklich 60 Minuten. Und jede einzelne Minute ist sehr gut gemacht, also sehr zu empfehlen. Ja, gut, dann würde ich sagen, haue ich jetzt mal ab, schwinge mich auf mein Rad, fahre mal ins Büro. Heute ist Anhörungstag, das heißt, heute müssen wir nicht so viel nachdenken, wie die letzten vier Tage über die Vorgänge, die wir machen. Ja, es ist ja so. Und gegen 16 Uhr, äh, 15 Uhr, nicht 16 Uhr, gegen 15 Uhr werde ich dann Feierabend machen. Gestern war ich ja auch schon 14.30 Uhr raus, eine Kollegin so, ach, hast du heute keine Lust? Und ich so, hm, nee, nicht so richtig. Und dachte mir so, oh, ich muss schnell nach Hause Fallout spielen. Hat sich auch hier lohnt. Äh, und heute werde ich bis 15 Uhr machen, damit ich zumindest meine acht Stunden vollkriege. Und dann, äh, geht's ins Wochenende. Gut. Also, habt einen wunderschönen Tag, kommt gut durch den Tag. Und, äh, habt auch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns morgen beim nächsten täglichen Vlog oder, wenn ihr mögt, heute von 18 bis 21 Uhr auf Twitch bei der einen oder anderen erfolgreichen Runde Fortnite mit Herrn Maxucca und dem Herrn Sohne. Und vielleicht auch der Frau Ling, aber ich weiß es noch nicht. Mal gucken, die war die Woche ziemlich rar gesät. Sagt man das so? Tschüss.